Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir wollen jetzt auf eine Mission gehen. Wir nehmen nämlich den Auftrag zur Hand und zwar machen wir... ...unterwandert das geheime Treffen. Ich hab keine Ahnung wo das ist. Hier irgendwo. Okay. Okay, wir gehen da auf jeden Fall hin und untersuchen das Ganze. Vielleicht ist da ja was Verdächtiges. Und nun? Und nun? Was soll ich jetzt hier? Oder muss ich bei Nacht hierher? Dann sagt er es doch gleich. Dann wäre ich nochmal zum Gasthaus gegangen und hätte Nacht gemacht. Mann! Ihr bringt mich durcheinander. Ehrlich. Gasthaus hier. Guten Tag. Zum fünften Mal bei dir. Ja, ich stehe auf deinen Tisch. Wir wollen uns ausruhen und wir bleiben bis zum Einbruch der Nacht. Gut, es ist zwar scheiße dunkel, man erkennt kein... nix, irgendwas. Aber was soll's. Zugriff auf den Server. Das mag ich nicht. Das dauert immer so lang. Aber warum? Geht doch. Frist endet bald. Ja, ich hab genug Beweise gesammelt. Ehrlich mal. Wenn es so eine Verhandlung kommen soll, dann bitteschön. Tada! Was ist denn das neue Plan der High-Conklaven? Ich weiß, dass es die Ame ist, um Chaos zu sowen. Aber trotzdem, ich kann aber nicht denken, dass es nicht so gut ist. Tocke, die Walking Bones haben drei drei von uns. Und wir haben so viele Menschen gebrochen? Ich bin, wenn wir so ordentlich sind, der Rest des Konklaven betrifft auf diese Skeletons, um den Duken zu fangen. Ich versuche Ihnen, dass der Blut ist größer, als ich dachte. Es ist Zeit, zu sagen zu den anderen. Komm, keine Gedanken mehr, Bruder. Du solltest arbeiten unter dem Konklaven, nicht wahr? Ja, ich bin bereit für das jetzt. Es ist meine erste Mal. Ich war überraschend, dass der Summon, die Wahrheit gesagt hat. Ich habe lange nicht mit Salvation gearbeitet. Ich glaube, dass sie mir glauben. Ich werde nicht die verdammte Leben eines Messenger, ich werde dir das erzählen. Wir sollten uns oder uns folgen... Lass uns einen von ihnen nachdenken, oder erzählen sie kurz. Irgendwo ansprechen, was meint ihr? Ansprechen! Du, wie lange warst du da? Was hast du gehört? Die Skeletons? Ich werde nicht für die Heilung. Es war nur ein Weg, um ein bisschen Geld zu verdienen, in den ersten Platz. Sie bezahlen für die neue Beliebungen, und sie zu den Konklaven. Ich denke, meine Hand in das enden heute. Okay. Let's be civil here, friend. We're not enemies, you and I. Surely, we can strike a deal that benefits both of us. Like, say, I give you a special bit of merchandise, in return for a stack of coin. Well, will you help me put this dark business behind me? Ja, den gingst du ums Geld, und jetzt geht's ihm wieder nur ums Geld. Na gut. Gut, gut. Pray, just tell no one it was I what gave you this, eh? Tis a key that will allow you into their sanctum. What you do once you're there is your business, though I doubt you'll manage much. I've gained quest knowledge. I feel more familiar with this quest now. Ja, okay. Ich krieg den nicht. Den kann ich nicht einholen. So ne Sau. Bleib stehen. Da rennen die beiden. So, dann schau ich mal auf die Karte. Wo ist das denn? Ach, das ist gar nicht weit weg. Das geht ja. Ja, da watschle ich hin. Komm, Leute. Da watschen wir hin. Aber. Wir machen das bei Tage. Ja. Was? Ah, stimmt. Ich hab nicht genug Geld. Oh. Ähm. Ich muss was verkaufen. Ja, Mist. Gibt's den Händler? Ich müsste was verkaufen. Ach, pfeif drauf. Wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Kann ja nicht so schwer sein. So, vorher geh ich mal hier die Laterne ausrüsten, denn sonst ist es echt stockfinster. Geht doch. Wir schauen echt blöd aus. Voll bekloppt. Gefällt mir nicht. Wir schauen so mies. Schwach. Klein. Unschuldig aus. Das sind wir aber nicht. Schaut mal. Voll doof. Okay, von vorne geht's, aber von hinten voll doof. Ja, super, wieder in dieser finsteren Gegend unterwegs sein. Hoffentlich kommt jetzt kein Greif, weil der bin ich aufgeschmissen. Ja, aber wir haben den Erlöser Schlüssel für nur 8000 Taler bekommen. Ich hab was gehört. Gott sei Dank hab ich mein ganzes Geld ausgegeben gehabt. Ich hab irgendwas doch neu bekommen. Genau. Das will ich mal ausprobieren. Egal. Oder? Oh, das wollte ich ausprobieren, Mann. Boom. Oh, mein Controller. Oh, jetzt. Ich hab keine Ausdauer. Moment. Ja, komm jetzt. Boom. Okay, Wurf und Zünden ist blöd. Aber es macht Feuer. Ja. Ja, gut, Leute. Lass uns die in Ruhe lassen. Wozu Henker? Genau hier. Es war echt finster, ne, Leute. Ich weiß gar nicht, wie hell ich das alles machen kann. Meine Ausdauer. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Boom. Boom. Wir haben triumphiert. Ja. Es gibt hier eigentlich noch so viel zu erkunden in Grances. Wirklich. Es gibt echt viel zu erkunden. Aber ich will nicht so viel erkunden. Ich will auch der Hauptstory folgen. Weil ich weiß, dass die episch war. Ich weiß, dass das Ende episch wirklich genial schön war. Einfach nur toll. Gigantisch. Mir fällt gar kein Wort auf euch ein. Das war einfach nur krass geil. Um es vulgär auszudrücken. Der war weg, der Pfeil. Wir haben triumphiert. Ich habe einen gehört. Jetzt, wir gehen. Feuer, Nacken! Ich werde die größte, die größte, die von ihnen. Wir haben triumphiert. Genau. Er ist glücklich. Mehr nimmt man mit. Nimmt alles mit. Feuer, Nacken! Was geht mir hier ab? Ich werde unsere Stauern nehmen. Boom. Okay. Das ist gar nicht mal so übel. Ja. Ich bin dabei. Großes Aufwogen. Komm! Boah! Das heilt mich. Ich wusste es gar nicht. Das heilt mich ja. Cool. Jetzt habe ich einen Zauber, der mich er... äh... Also, ein Angriff, der mich heilt. Ich bin auf meinem Weg. Glaub ich richtig? Sehr gut. Ich glaube schon. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, nee, ähm... Ich hoffe, da ist noch mal eine Brücke. Alles gut, Master? Es scheint, dass Leute hier leben. Der Weg divergert. Der, Master! Statt, unendet! Es scheint nicht zu sehen. Es ist sicherlich kein Pond. Die Feuerwerke funktioniert gut! Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Sie feiern das Flamme. Riech deine Weapons in ihnen! Ich werde sie disperlen. Ich werde sie nicht mehr sehen. Ich dachte, da ist noch eins von diesen Viechern. Die Monsters, die hier leben, halten diesen Weg, alles aber gesperrt. Querfällt ein, weil ich nicht weiß, ob da eine Brücke kommt oder irgendwas. Boah, ist das dunkel. Ich habe irgendwas gehört. Ah, ekelhaft. Das ist effektiv. Schön drauf. Gut, ihr wollt Ärger. Ihr wollt Ärger. Schön weiter, Leute. Schön weiter. Lasst euch ja nicht aufhalten von diesen komischen Viechern. Einfach weiter! Oh, die haben wir alles zerstört. Gut. Da oben ist, da oben ist ein Lagerplatz. Zelte. Ich höre die, aber ich sehe die nicht. Oh. Oh. Oh, ich mag die Dinger nicht. Nee, ich mag die Dinger nicht. Dann kriegst du halt großes Aufwogen, mein Freund. Und. Und. Bäm. Schön auf den Kopf. Und schnell wieder verstecken. Okay, und. Ich muss Aufwogen benutzen. Ah. Oh nein. Oh, ich wackel, ich wackel. Ich kann nicht schneller. Na komm schon. Nein, 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 nein. Oh. Ich komm mit Chantal. Booyah. Nein, nein, nein. Okay, der ist. Der eine brennt. Der dürfte gleich. Komm schon. Oh nein. 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 Woott. Die sind echt groß. Auch kommen. Voll den Kick. Was fürburg. NRC. Tascha. Ruhle dich hier oben nicht aus. Schön drauf. Ich sehe nur den Schemen. Zack. Genau, und jetzt gib ihm. Ja, gegen alle zugleich hast du keine Chance, du Sack. So, und jetzt kriegst du das große Aufwohnen, du Arsch. Ich kriege mich mal geheilt. Zack. Bäm, 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 bäm. Und jetzt nochmal aufwohnen. Yes. Wow. Das war jetzt was. Das war jetzt anstrengend. Aber ich hab gesiegt. Wer hätte das gedacht? Der brennt noch lichterloh. Habt ihr alles aufgehoben? Ich bezweifle das irgendwie. Da liegt aber nichts mehr, ne. Schade, schade. Hab gedacht, da liegt vielleicht noch was. Oh, es wird Tag. Genial. Genial. Schön. Endlich. Da komm ich nicht rüber. Toll. Schön. Oh, schaut mal an, wie das toll aussieht. Wundervoll. Wundervoll. Wie die Sonne da hinten aufgeht. Weil jetzt muss ich da vorne hinlatschen wegen der Brücke. Na toll. Ja, nachts sind hier echt andere Viecher, als tagsüber unterwegs. Dankeschön. Wir sollten uns jetzt mal ein bisschen schicken. Wir müssen zur Loge. Die kennen mich mal. Wölfe. Alter, ist die Brücke weit weg. Ehrlich? Ich sehe sie nicht einmal. Okay. Das war's schon. Das war's an Wölfen. Oh, wisst ihr was, Leute? Hier an dieser Stelle. Genau hier. Sag ich erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Dragon's Dogma Darker Risen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Da hängt ein Apfel. Cool. Na gut. Tschüss, Leute. Oh, ich kann nicht speichern. Weil hier irgendwo Viecher sind. Kann ich jetzt speichern? Ich möchte Tschüss sagen. Ja, tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.